Hä? Hä? Es war nicht ich? Ja, 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 ja! Nein! Nein! Ist das Assi? Please! Hakuna Matata Muchachos Level Asia ist angesagt zusammen mit dem Fablord Deko im Solo Style Was geht? Oh, Feppen! Feppen es läuft Muchachos und Muchachos direkt Oh! Oh yeah! 13% Level Asian Folge 300 GTA Was ist da los? Bam, Alter! Bam! 300! Super Start! Ich wusste so Komm her, Mann! Nein! Come on! Nein! Nein! Vergiss dich! Nicht! Baba-la-pa-la-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa… Ehh! Ich hab jetzt den Swagglot hier… Oh yeah! Wie ich mal Bosse abgezogen hab und direkt weggezischt hier mit dem Ding! Mach ruhig Mag... Wat?! Hä? Du bist da rüber gekommen? Was? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist das dein Ernst, Mann? Also, ich hab 13... Ich komm mir nicht mehr hoch. 13% Action. Ey, was ist denn hier los? Mach doch mal da, Alter. Ja, du hast doch eigentlich ne Falle für mich. Ey. Was hab ich? Deni kommt! Wuhu! Nein! Du bist ja nicht mal annähernd hierhin, Alter. Was für annähernd? Ich kann dich ja nicht mal träumen, wenn du so schlecht bist. Happen. Ich hab mir keine Mühe gegeben, you know? Alter, wie soll das denn gehen? Hä? Ich komm doch nicht rüber! Ey, Diggo hat das... Ich weiß nicht, wie ich hierhin kommen soll. Ey, Diggo hat das so mit Luck First Try geschafft. Was für Luck, Alter? Das Ding ist, ich weiß... Ich bin irgendwo bin ich rüber gefahren. Das Ding ist ja Busch. Das heißt, du musst irgendwie halt mit Luck irgendwas treffen, wo du rüberspringst, ne? Oh! Come on! Nein! Das war so knapp, Mann! Ey, das diese Junge das First Try geschafft hat, ne? Das Ding ist, wenn ich jetzt verkacke, dann war's das wieder. Der nächste Punkt ist noch nicht hier. Naja, du bist ja auf jeden Fall schon mal auf der anderen Seite. Ja, noch! Wie gesagt, wenn ich verkacken bin... Wie lang geht das jetzt? Zwei Minuten mit Charge los? Oh! 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 Ich glaub, verkacken kann... Ich muss ja auch mal wieder ne Level Asian gewinnen. Oh! Oh! Mal wieder sagt... Was zum Fick?! Ist ja ein Assi oder... Warte mal... Ey, das kann nicht wahr sein! Es sind Millimeter! Millimeter kennt sich dick aus, weil er Millimeter... Alter! Wenn ich meinen Schlung nachmesse, dann brauch ich so dieses Meta-Maß. Oh! Oh! Ich komm da nicht rüber! Okay, ich muss mal jetzt try'n. Ich muss jetzt try'n. Ich muss jetzt try'n. Das krasse war nämlich, Dekor hat es nur geschafft, weil er meine OP-Karre hatte. Ja. Und du schaffst mit der OP-Karre nicht. Oh! Alter! Oh, Alter, hier ist so viel... Hier ist so viel Treustoff. Ah, okay. Hier ist so viel Treustoff. Hast du? Ich muss genau durch die Mitte. Nein! Immer noch nicht! Ich hoffe, die Map geht noch ein bisschen. Nicht, dass Dekor die hier in zwei Minuten mal eben wegrasiert. Nein! Ich fall einfach selber runter. Ich hab's immer noch... Ich brauch dich gar nicht. Naja, chillig muchachos. Einfach chillig sehen hier. Hast du's jetzt oder nicht? Nein! Warum? Also ich hab noch nicht mal nach drei Minuten dreißig nicht mal den ersten Punkt. Bei welcher Map war das, wo ich am ersten Punkt so lang hänge? Ich weiß es nicht. Irgendeine Map war das letztens. Ey, ganz ehrlich, ich mach jetzt die 5-8 Technik bei der Scheiße. Mit nur Wheelie krieg ich's nicht hin. Ich hab noch Wheelie gemacht. Nächster Punkt ist für mich. So, okay. Mal angucken, was ist das hier? Unglaublich hier. Unglaublich! Nope! Hätte ich das erste Mal geschafft, dann... Finally! Finally! Oh! Da muss man drauf jetzt? Hui! Huiuiui! Huiuiui! Mamma mia! Pizzeria! Oh! Alter! Warum ich nicht komm hier hoch? Okay, da das so schräg ist, ist es schon ziemlich... Warum? Warum ich nicht komm hier hoch? Alter, bist du schon weit, Diko! Ja! Ja! Nein! 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 Oh yeah! Buddy! Sag nicht, da kann man auch noch reinfallen in die Scheiße. Ne, zum Glück nicht. Ich dachte auch, ich bin nämlich außerdem drüber gefahren. Oh! Das ist okay, scheiße, jetzt neu spawnen. Aber in die nächste... In die nächste kann man runterfallen! Ich seh nicht mehr, wer was da hinten, Alter. Uiuiui! Oder einfach YOLO! Ich mach jetzt YOLO! Ja! Wir kommen Deko wieder nach! Hä? Ja doch. Ah okay, ich se... Hä? Ich soll jetzt hier hochfahren, oder? Deko! Oh ne Deko! Sooo! Meine Damen und Herren! Ab geht's! Ich weiß nicht so ganz, was ich hier machen soll, wenn ich hier sein will. Alter! Dieser... Hindernislauf hier! Warum ist da so eine Verlängerung? Komme ich da nicht hier hoch? Doch! Der E hat's geschafft! Und jetzt muss ich... Ich muss hier zurückfahren? Ich muss hier zurückfahren! Ich muss hier zurückfahren! Was? Hallo! Ola Deko! Sind wir hier vorbeigefahren? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss, Alter! Oh fuck! Muss man denn die Treppe nehmen, oder? Okay, ich... Ich will da schon raus! Also... Ich hab keine Ahnung, was richtiges, was ich jetzt hier mache! Doch, weil als wir zurückgefahren sind, da war noch eine Rampe, ich glaub die musst du nehmen! Ja, toll! Aber du... Ich meine, ich weiß nicht, ob es richtig ist, wie ich jetzt zurückkommen will! Oh! 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 Du musst nur da ziemlich hochfahren! Ich hab's first try geschafft! Echt? Ja! Nein! 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 Ich bin wieder runtergefallen! Oh! Jetzt muss ich... Ah! Ich weiß jetzt nicht, ob ich dieses Hindernis hier überwunden habe, wie ich es überwinden sollte, aber... Aber du hast es! Das ist doch... Ich hab's überwunden! Das ist äh... Okay, 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 okay! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-deco gewinnt! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-deco gewinnt! Deco Level 11, ich kann's ja kaum fassen hier! Hey, jetzt soll ich hier... LOL! Shoot! Ui! Aber ich try hard und ich so, ich bin jetzt nicht so am durchzuspielen! Ich glaube, die war aber auch echt nicht lang, weil sie dürfte schon fast vorbei sein! Weiß ich nicht! Ich bin nicht im Ziel! Lust, ich hänge gerade hier! Bin immer noch bei diesem... Ding nach oben! Ich möchte durchfahren? Ne, kann ich nicht! Strange, strange! Hast du denn, kurze Frage, hast du denn diese blaue Scheiße mitgenommen? Ne! Ne, ich hab's auch nämlich anders versucht! Ach komm, Alter! Den hättest du mir jetzt auch geben können! Ähm... Ich hab das gar nicht mit dem... Ich bin einfach nur gerade dagegen gefahren! Naja, das mach ich auch die ganze Zeit, aber... Es fehlt ein Millimeter! Ach, fick mich! Warum geht der denn nicht, Alter? Ganz im Ernst! Hoch mit dir! Oh! Warte, wenn ich von hier oben einfach nur... Weil ich so schnell bin und dann durchfliege? Hehehe... Ey! Aber das geht, so geht's! Wir scheiß auf da irgendwie rumspringen... Nein! Das geht auch so, wir springen da jetzt rüber und dann... Huah! Da easy sind wir da... Oh! 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 Ah! Okay! Jetzt weiß ich wie es geht, aber ich hab's nicht mal ansatzweise geschafft! Alter, muss ich mir dabei fahren um deinem... Ist das geil, Alter! NEIN! Please! What the fuck? Warte mal, das klingt jetzt auch anders hin! Was hast du jetzt? Äh, wo bist du jetzt? Ich bin immer noch bei diesem Punkt in der Luft! Ehrlich? Ja! Machen wir da... Ach! Machen wir da keine Hobbys oder was? Was machst du denn da? Ja, ich bin... Ich bin zwei Millimeter... Komme ich in dieses Gelbe rein, aber... Es ist right-knicked! Oh! Oh! Und? Okay, ganz ruhig, ganz... Ach, Alter, ist eine ganz schön enge Kurve hier! Musst du wieder so ein Geschicklichkeitsding machen, weißt du? Mit so einem schmalen Steg langfahren! Ach, aber nice! Ja, ich hab... Oh, fick mich! Ich hab Bock drauf, aber... Er sieht ziemlich erwarmungslos aus, also das Ding... Die Kurve der drin ist halt so ein richtiger 90 Grad Knick! Oh, okay! Ja, das ist hart! GG! Das sind dann wahrscheinlich auch die 13 Prozent, aber... Eigentlich haben wir es ja schon sehr, sehr oft geschafft! Ja, ja... Aber das Ding sieht halt wirklich... Ich hab auch Bock drauf! Mir macht das auch immer Spaß, den Siegner zu machen, aber irgendwie... Der sieht so ein bisschen... Bei dem Knick ist noch so eine Erhöhung drin, das Zweiteil ist ein bisschen höher... Was halt die... Die Rum-Bug-Rum-Glitch-Rum-Rutsch-Gefahr erhöht... Ach, ey, ich kann auch so darüber kommen eigentlich... Wenn ich... Ich könnte auch träumen, dass den weg lassen... Dreck... Gegenüber drauf fahren... Glaub ich... Ich könnte zumindest versuchen... Aber wir lassen das mal... Ich will das Ding machen! Nein! Ich konnte aber nicht hoch! Das Ding ist... Nee, dieses Runterkoppel ist schon gar nicht so leicht... Runterkommen? Ey! Alter, ist das... Haarig! So... Radio... An... Hu! Ey, dass der Junge das First-Try geschafft hat! Ich drehe durch! Ich hab nicht mal... Ich glaub ich hab nicht mal kompletten Anschwung genommen... WTF? Ich war... Alter wie wir... Warte mal... Hä? Wie sehr so... Ich war sogar jetzt mehr als drin! Hä? WTF man? WTF? Offensichtlich nicht, sonst hättest du ihn ja... Muss ich... Muss ich ganz nach oben drauf? Alter, ich kann diese... Dieses Ziel da schon riechen, aber es will nicht... Finally! Finally! Muchachos Hilfe! Achso, Hilfe man! Alter, ist so... WTF? Was? Äh... Müsste ich schaffen, oder? Muchachos? Müsste ich das schaffen? Leute, was ist das denn für ein Labyrinth hier? Hu! Hu! Der, der, der! Okay, den Punkt haben wir! Das heißt, ich kann nicht mehr schief gehen, wir können... Da ist das Ziel! Dein Ernst? Da ist das Ziel! So schnell? Da ist das Ziel! Diko... Er fährt! Er fährt! Er springt! Alter! Oh! Noch nicht rein, mein Lieber! Alter! Aber hier ist ein böser... Böser Wide Jump! Also wenn du mir sagst, dass... Mir garantierst, dass ich Erster bin, dann... Lass ich das jetzt? Pff! Garantieren, bitte! Ja, sonst mach ich jetzt den Wide Jump! Hier wird nichts garantiert! Okay! Then the Deco is going to the goal! So, ich will mir auf jeden Fall nochmal dieses... ...seine Scheiße hier anschauen! Ach, das meinte der Junge! Erster! Ey, wir haben 5... Das kannst du dann nicht... Das kannst du nicht für vollen nehmen dann! Hier hast du verkackt! Oh! Wir machen das fast! Speed! Speed! Alter! Speed! Jump! Harry Potter! Jump! Deco hat die 13%ige Level Asian gewonnen! In 13 Minuten! Die letzte habe ich nicht mal beendet! Das ist echt nicht schlecht! Aber wir müssen auch irgendwas dran setzen! Es kommt noch etwas weiteres! Also bis gleich Machachos! Yo Machachos! Zweite Map! Zweite Level Asian! 10%! Und diesmal sollte es doch ein wenig haariger werden! Und Deco! Well played, Alter! 13%ige in 13 Minuten! Hut ab! Das war wieder der Ziegenmann, der seine Hand über mich gehalten hat! In deine Hose hatte! Ja! Ich habe keine Engelsflügler, ich habe einen Ziegenmann, der mich hochhebt! So! Wir haben jetzt eine richtig geile Parfur-Map! Die... Ähm... die ich dann verkackt habe! Okay! Man kann aber wahrscheinlich auch einfach auf das Seil... Oh! Oh! Deco! Okay! Lass mal einfach... Ich glaube es ist mit dem Seil gedacht, würde ich einfach mal schätzen! Wollen wir mal mit dem Seil! Das ist aber schon ziemlich MLG, wenn man da drauf fährt! Nein! Bitte! Deco macht gar nichts! Er steigt einfach ab! Okay! Vielleicht lass doch mal die mal anders versuchen! Okay! Versuch uns mal anders! Ähm... Oh! Das wird nix! Ah! Ja! Das könnte... Alter! Max Beat! Ja! Übertreib mal, Alter! Teddy kommt! Uh! Uh! Nein! Vollkommen gegengebrettet! Ja! Ich hab auch verschesselt! War das nicht ganz so... Verschesselt! Verschesselt! Aber ich schaff das jetzt! Äh... hä? Achso! Okay! Ich schaff das jetzt! Und er schaff das! Lol! Nein! Aber ich glaube es funktioniert so! Es ist einfach so ein Hardcore-Weitfunk mit der 5-8-Technik! Äh, ich wollte grad sagen, wir müssen eine 5-8 machen! Aber es geht auch anders! Die macht's jetzt nochmal anders! Emily? Ey! Ich will dich... an-kicken! Und ich fall vom Motorrad oder was? Ich will dich... an-kicken! Ey! Auto! Ah! Aha! Könnte auch gehen! Äh... Also ich hab's jetzt mit der 5-8 auch noch nicht wirklich geschafft! So! Dreckiges Auto! Weg! Jetzt geht's ab! Ich find das mit der 5-8 immer so scheiße, wenn da so zwei Ebenen sind, weißt du? Ja, ja! Das stimmt! Weil die sind Scheiben, ist das! Ey! Jetzt ist auch noch Dings an! Polizei! Bitte! Was ist jetzt Polizei? MLG mal boss, dann macht jetzt einfach nochmal Seil! Das ist Schweins, Alter! Wir gucken, ob das geht, ob man dann... Geht das? Ich frag mich echt, ob das geht! Also ich hab glaub ich schon mal gesehen, dass man mit nem BMX auf jeden Fall draufkommt! Wie soll das nicht gehen? Ja, das ist ja schon ziemlich drin! Schlechter Spruch! Ich wollte 3, 2, 1... Ich hab immer grad gesagt, ich wollte jetzt gerade einen Spruch machen, aber... Oh Mann, ich bin hier! In dem Moment, wie du gesagt hast, schlechter Spruch! 3, 2... Ach! Komm! Fick dich, Alter! Ich mach das nochmal hier! Was wollen die Cops, Mann? Warum in dein Gesicht? So! Brrrr! Und jetzt geht's ab, Mann! Keine Ahnung, was Deko da macht, Deko... Hey, dass mir einfach ein Auto entgegenkommt, ne? Da fährt nie ein Auto lang! Oh, ich muss dich kurz umbringen! Oh, ich muss dich kurz umbringen! Was nerven die Bullen die ganze Zeit! Also GTA ist ja ganz cool, dass so von wegen, äh... So mit Verkehr und NPCs die irgendwo rumfahren, aber... Wenn man mal guckt, wie die rumfahren, ist die eigentlich ziemlich behindert! Deko hat jetzt irgendwie einen anderen Trick! Ja, aber der klappt nicht! Wir kommen nicht weit genug von hier! Polizei, verzieh dich! Aber hier schaffe ich's nicht! Ey! Ich krieg einfach keinen vernünftigen Wheelie da drauf! Aber da ist es möglich, hundertprozentig! Was, Alter? Was, Alter? Mit deinem Sublin, den du da genommen hast? Wir könnten auch einfach im Auto gehen! Das ist mit nem Auto versuchen! Ey, ist das lame! Ist das lame! Ich nehm nochmal das Sache hier! Das Ding ist, man kann an dem Schiff kein 5,8 machen! Ne, kann man nicht! Somit schaut! Das erste Punkt! Fünf Minuten! Wir sind schon die Hälfte der Zeit, äh, einer anderen! Ja, da muss man irgendwo anders drauf kommen! Okay! Ich versuche jetzt mal ganz wo anders! Ey, fick dich! Dreckige Scheißkarren! Hier vielleicht einfach mal 5,8... Ne, am Schiff kann man keinen 5,8 machen! Hast recht! Ah, ich glaube... Weiß nicht! Seriously, Alter! Seriously! Also, wir könnten da mit nem Motorrad hier die Treppe hochfahren! Ja, ne! Ne? Also, so Schwanz würde ich es dann auch nicht machen! Okay, Neko hat gesprochen! Neko, mit Explosion! Jetzt los! What? Easy! Es waren die Explosionen, gib es zu! Das waren... Ja! Muss halt, ne? Ich meine, wenn Explosionen schon da sind, dann musst du auch hier... Das ist dann richtiger... Aber du hast es da gemacht, wo ich gemacht habe, du homo! Kein bisschen... Meine... Taktik! Oh! Ich bin auch! Ich habe es einmal gemacht! Schon klappt es! Das war nur, weil dich der... Der Ziegenmann so hoch noch hinterher gezogen hat! Lol! Ich habe den Punkt noch nicht! Jetzt habe ich ihn! Ich dachte schon, du willst mich trollen hier! Ja, dann halt so, Muchacho! Das ist, glaube ich, nicht ganz so! Hätte auch in einem Ding gehen können, aber dann nehmen wir halt zwei Stunden! Wir sind ja nicht so! Was?! Da müssen wir hoch! Ach so, da ist eine Rampe! Ich dachte gerade, der Helm soll ich da hochkommen! Ja! Oh, MLG, aber es hat es nicht geschafft! Ich guck mal kackt in meiner Auffahrt, ey! Nein, ich bin gegen das Ding umgehen gefahren! Und, 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 und! Ja, was?! Ey, du bist so ein Bastard, ne? Warum ich?! Warum ich?! Du hast mich zur Seite geschoben! Das ist gelogen, ja? Das weißt du! Was, Alter? Guck mal, die Aufnahme! Nein! Okay, wir müssen da erstmal ein bisschen aufräumen, Deko! Nein! Ich habe es fast geschafft, Alter! Ja, fast! Wir haben es alle schon mal fast geschafft! Ja! Deko burn! Motherfucker burn! Komm ich von da? Schade! Und dann, Leute, ich hätte auch direkt... Nee, hätte ich nicht! So, direkt hinter Deko! Und... Ey, es kann nicht wahr sein, dass der wird kein... Loll! Ey, die Frage ist jetzt... Stirbt man, oder... Halt man ab, wenn man Wheelie macht, oder... Ich habe das System dahinter noch nicht... Ey, jetzt ist da wieder Motorrad davor! Hä? Ich habe... Also, du machst da Wheelie ran und fliegst da weit nach vorne! Ich habe es! Woo! Dang! Hauptsache es liegt alles von deinen Motorrädern davor, du dreckiger... Yeah! Wir klappen, Alter! Wüsst du eigentlich? Rasiere dich! Perfekt! Du musst da Hardcore... Nee, nicht Hardcore... Nicht mal Hardcore... Nicht mal Hardcore... Äh... Ho! Neeein! Was? Ey! Nice, Deko! Zum zweiten Mal bin ich jetzt schon wieder hoch und runter gefallen! Was? Wo... Was? Wohin eigentlich? Hey, Deko! Hallo! Ich weiß nicht wo... Hä? Wo ist die... Da ganz oben? Was müssen wir denn mit der Rampe machen, Mann? Die führt doch ins Nichts! Ist das gerade ein Troll, oder...? Ja, die Rampe trollt dich. Vielleicht bauen sie auch noch für den nächsten Bogen. Hey! Wenn du aufkommst... ...bring dich doch auch nicht weiter, oder? Hä? Ja? Achso, dahinter! Ah, okay! Ah... Loll... Loll... Hier oben war ein Punkt, ne? Wie kannst du da verkacken? Wie kannst du da verkacken? Okay, eigentlich hätten wir ja gerade sagen... Was? Ich verstehe nicht! Ey! 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 Ja, Mann! Nein! Ich hab auch verkackt! Ey! Ey! Nein! Ja! Danny hat das! Ey, sind unterwegs! Gas! Ey! Nein! Mad Musik! Du bist so ein, mein... Dreckiger Lutscher, Mann! Oh! 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 Und jetzt? Komm, geh doch nach hinten! Wie krieg ich jetzt den Punkt? Ja, sonst wird kacken. Wie soll ich denn jetzt den Punkt kriegen? Dagegen? 5,8 Wolltest du mich verarschen, Alter? Warte, ich mach es! Nein! Ja, du musst den Speed da mitnehmen und dann gegen die, gegen die Kante. Och, please! Jetzt darf ich die ganze Wicke nochmal machen. Ey! Also Max Speed, ey, wie soll ich nach Max Speed hochkommen? Nico, zieh dich! Ich schubf dich ein bisschen an, dann kommst du Max Speed. So, jetzt so. Oh! Ja, Mann! Didi, didi! Bam! Nein, ey, ich bin echt... Oh yeah! Deko! Jetzt sind nämlich wahres geht's hier gerade gefragt. Es ist nur ein Glück, dass ich dir gezeigt habe, wie es geht, Alter. Bitte! Deko, bitte! Okay, wo müssen wir jetzt hin? Da unten! Hä? Oh! Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Hier runter? Hä? Warte mal. Ich muss mal kurz hier schauen. Ach da! Okay. Ähm... Seriously? Also muss man einfach wieder zurück. Hier drauf? Ja? Ich hab so keine Ahnung. Try and Arrow. Try and Arrow! Bei Marvin heißt es nicht try and error, sondern try and arrow. Arrow! Okay, Deko. Oder hier einfach runter? Aber, wo kommen wir da hin? Nein, das war auch nicht richtig. Also wir müssen auf den dritten Kran. Warte mal, vielleicht brauchen wir da diese Sprungchanze dann. Das ist genau das Ding. Ah! Daddy, Daddy! Hauptsache, ich hab mich einmal umgeguckt, hab sofort gesehen, wo es hingeht. Dicke, wäre da jetzt ein Award oder was? Ja. Ach so, da geht's hin. Hey, nicht shooten. Hey! Du bist so ein Lütscher, weil du bist so ein dreckiger Lütscher. Hauptsache, er will hier die Pistole raus. Willst du mich verarschen, Alter? Ja! 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 Was hat er davon hier? Und weil du jetzt... Nochmal! In dein Gesicht! Warum hast du mich umgebracht? Warum hast du so ein Volk-Waffe rausgeholt? Soll ja auch mal ein bisschen trollig bleiben, ne? Du wirst gleich in den Arsch gefickt. Oh, ich liege hier gerade! Oh ja, als Schaffe ist... Ich nehm sogar dein Motorrad. Richtig Disrespect. NEIN! Nicht mehr mit deinem Motorrad runtergefallen. Das ist mein eingebauter Kit, Alter. Shit, Mann. Okay, jetzt beruhigen wir uns wieder, Deko? Ne, ich bring nochmal um. Also nochmal? Du hast mich nach einer schwierigen Stelle umgebracht, bis du geblieben hast. So! Du nicht! Wo? Wo hab ich dich umge... Ja, weil du mich umgefallen war. Du hast deine Knarre rausgeholt. Ja, hab ich geschossen. Willst du mich verarschen, Alter? Dann warte ich mal. Du stichst doch auch keinen Polizisten ab, nur wenn er eine Pistole in der Tasche hat. Noch, Mann. Und... Nein! Ich hab Bock, dich nochmal wegzuballern, weil... Aber... Es soll ja auch... Der Krieg kann jetzt vorbei sein. Wirklich... Wirklich, Deko, Mann. Ich werd drauf! Ich werd drauf! Nein! Nein! Ich bagge! Ey! Ey! Der Krieg kann jetzt vorbei sein! Danke fürs Freifahren. Komm her! Komm her! Alter! Wie soll das klappen, Alter? Wie soll das klappen, Alter? Nein! Ich... Auch den hatte ich schon im Kopf. Ich weiß nicht, wie man da schnell genug durchkommen soll, um da hochzufahren. Alter! Das war... Alter! Da hat aber noch gut viel gefehlt, Digga! Ja! Tja! Deswegen weiß ich nicht, wie man da schnell genug draufkommen soll, um das zu schaffen. Okay! Ich hab auch kein... Ich hab's ja noch keinmal getried! Noch kein einziges Mal! Kann dieses Gitter hier eigentlich wegsprengen? Das ist eigentlich auch nur ein Zaun, ne? Ja! Ich hab ihn fast tried, Digga! First Try! Wie das denn? Du musst ganz links anfahren. Ganz, ganz links. Hab ich doch gemacht. Und dann rüberziehen. Du bist... Ja, aber wo bist du durchgefahren? Das sind ja überall... Ist ja überall Scheiße im Weg. Ja, ich... Nein! Warte mal! Ja! Ja, links! Links lang! Ich bin doch jetzt links! Ja, genau! Und dann fährst du ganz rüber. Das war... Eigentlich keine Probleme. Ja, aber du musst ja hier durch diese komischen Sachen da durch. Ja! Ich bin durch eine Sonne... So'n Metall-Scheiß bin ich durchgefahren an der Seite. Ey, jetzt ist es schon wieder... Lol! Das wäre schwer, Alter! Nein, das ist ja nicht schwer! Also, du machst irgendwie wieder so eine Wissenschaft drauschen. Muss ja nicht... Alter, wie sollen wir den Punkt bitte kriegen? Ah, ich weiß schon! Deko weiß es schon wieder! Aber ich habe da kein Plan! Ach, jetzt auf Deko! Kuppel, kuppel, kuppel! Und? Ha! Ja! Ich weiß schon, wie es geht! Aber es war so logisch, weil bei der Rampe dieses eine Ding wirklich war. Das könnte echt so sein! Doch, du hast recht! Doch! Du hast recht, das funktioniert so! Ich bin nämlich ganz nach oben gefahren, das war der Fehler! Du musst ja vorher abspringen! Und? Oh! 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 Ja! Oh! 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 Ja! Voller Anschwung! Voller Anschwung war eine gute Idee! Und jetzt müssen wir uns hier auf den Dingern lang bewegen! Ich glaube, man darf nicht Fullspeed fahren! Ich baller immer da oben gegen! Baller mit der M-Car! No! Fuck! Komm ich jetzt dann auch hin von hier aus? Ich muss leider von nur da hoch fahren, das wäre... Naja, chillig! Nein! Hä? Fünf, acht! Yeah! Fünf, acht! Wie hast du das denn so wie sie eben bekommen, man? Und dann spring ich ab, weil ich dachte, ich muss respawnen! Und sehe aber, der Punkt ist unten! Komisch, komisch! Oh! Oh! Man musste seitlich fliegen, das müssen wir doch sagen! Oh! 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 Ah, ok. Menno. Hä? What? Da ist hier gerade irgendwas... Achso, ok, lol. No! Nein! Ist das Assi! Was denn? Nix mit Schnauze. Ich habe die ganze Zeit schon wieder kein Radio, ne? Ich merke, da fehlt dann irgendwas. Nein, ach komm, Alter. So, ich hatte bestimmt eine halbe Stunde kein Radio. Bin da 20 Minuten mit. Genau. Hauptsache es läuft. Was the fuck? Was waren die beide? Was? Alle drei Rampen auf einmal. Holy moly. Nein, brauchen wir den Speed? Nein! Ja, natürlich brauchen wir den Speed. Versuch's nochmal ohne. Du siehst doch mit ohne Augen, dass das nicht geht. Ich krieg das in. Bin Pro-Bosser. mit dem Speed? Oh, was? Der Speed hat nicht gereicht. Ach was?! Anu lass mich doch tryn! Ah, ok, ok, ok. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. das klaus klaus ich hasse ja so so filigrane sachen da könnte ich ja durchdrehen muss ja das schwer immer die richtung zu halten richtig rein da aber ich denke ich habe alles perfekt gemacht und dann springe ich daneben so mit der musik daneben daneben das ding ist aber richtig geil gemacht war sein ich war dann immer zur seite einfach raus ja ich habe auch deswegen habe ich auch fünf oder sechs trieste ich muss aber sagen ist wirklich geil gebaut alter die ideen sind echt gut ja ich finde auch richtig fresh nein oder muss man sogar okay wir nehmen noch ein kleines bisschen extra anschwungen aber nur und los geht's nein kurz willi 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 ah ah nein was ist da für ein chogo das ding ist ich muss am besten so stehen bleiben wie ich jetzt stehe weil sonst verliere ich hier so die spur und da endlich endlich oh lieber ach komm alter seriously äh 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 15 0 0 das 0 0 Ama shoot in es he ist und Wer mein erster ist, dann ist man die Chilter. Ey, der Dingo ist ja schon crazy weit vorhanden. Oh! Nein, nicht... Ach, egal. Einfach respawnen. Oh, endlich hab ich den scheiß Punkt bekommen, Alter. Ich will hier weiterkommen. Ich hab nur hier die ganze Zeit. Weiter geht's! Oh, fein der Lame. Fein der Lame. Wo ist die Rampe? Da ist eine Rampe. Oh ja! Oh ja! Jetzt bin ich mal gespannt, was Dingo meint. Aber ich bin zu weit links! Nein! What? Doch, ich hab den Punkt bekommen! Ich hab den Punkt bekommen! Das ist ein crazy Ding hier. So, where's the next point? Müssen wir hier lang oder müssen wir da lang? Wow! Ich weiß gar nicht, wie ich... Ich weiß jetzt gerade auch nicht, Alter. Nein! Ich hab den Punkt nicht bekommen! Oh, man braucht hier echt Hardcore-Speed bei dem Scheiß. Alter, wie zum Fick! Ich muss irgendwie da rüberkommen, aber ich weiß noch nicht, wie. Und hier so krass um die Ecke springen. Oh, das ist der Weg! Ich weiß nicht, ob der so gewollt ist, aber es wird so funktionieren. Puh! Ey, man muss ja richtig Hardcore springen! Ich war sogar... Ich war schon perfekt sogar drauf, was ich verbessern kann. Ja, ich hab auch das erste Mal, vor allem war ich auch richtig weit drinnen in dem Punkt und noch trotzdem bekommen. Nein! Komm, ey, das ist echt... Oder muss ich hier rüberspringen, oder? Komm! Hardcore! Aber Deko läuft gerade, Mann! Nee, jetzt gerade wieder nicht. Jetzt wirkt dich im Level Asian Fieber, die Junge! Alter, ich muss hier irgendwie... Ich krieg dir einen Punkt nach dem anderen. Mein erster Try war der Beste und danach ist alles scheiße. Please, kommen Sie! Na, komm, fick dich! Uh! Musst du den Scheißdingen benutzen? Kann ich da irgendwie gegen andere Seite abflischen, oder so? Ich blitt schon mal an der Seite ab. Ich versuch's mal so, weil ich glaube, das Ding ist echt genau so aufgestellt, diese Wände, dass man dann nicht einfach so von der Seite rauf springen kann. Oh! Holy moly! Nein, jetzt bin ich abgesprungen! Leider weiß ich jetzt nicht, was ich richtig machen muss, was ich falsch machen muss. Ich will nur mal langsam wieder rankommen an Deko, ehrlich. Alter, dieses Ding ist hier noch so nice gebaut, ne? Ich will nicht, dass du rankommst, ich mach's alles so gut und am Ende ist hier wieder ein Ding, wo du total upraged, dann bin ich wieder gefickt. Was soll ich gefickt hier? Level Asian ist, ist, äh, Zusammenarbeit. MEIN! Och, komm, Alter! Nice! Bin drüben! Du bist doch jetzt schon da, wo ich bin. Und ich kann! What the heck? Jetzt bin ich aber gespannt. Deko, zieh dich! Ich weiß nicht, was ich machen muss. LOL! Bin drauf! Ey, er hat das sogar einfach! Ich weiß nicht wie! Ich weiß nicht wie! Ich häng hier schon wieder seit vier Minuten oder so. Du wirst einfach gegen gefahren! Ja, das mach ich doch auch die ganze Zeit! Das ist im falschen Winkel! Oh, nice! Das war genau das, was ich gerade... Nein, ich bin jetzt mal gefahren! Ich hab den Punkt nicht bekommen! Oh, Mann! Ey! Das war genau, was ich gesagt hab, Alter! Genau, was ich gesagt hab! Ich häng hier am Ende die ganze Zeit! Alter, ich hab den Punkt doch auch nicht! Ja, weil du behindert bist, Alter! Weißt du, ich häng hier die ganze Zeit! Wenn ich einmal da raufkommen würde, hätte ich den Punkt easy! Ja, aber dann musst du ihn alles mal bekommen, ne? Was ist los? Ich war jetzt auch noch über, aber ich dachte, das wäre so einfach! Hier, das kann ich ruhig öfter machen! Ey! Und schon wieder so knapp daneben, Alter! Ich bin wieder! Ich bin gestorben beim Draufkommen! Gestorben! Ey! Oh! Ich hab's ganz knapp drauf geschafft und ich hab noch rotleuchtende HP, aber ich auch mal! Nein! Deko darf es auch nicht schaffen! Deko darf es auch nicht schaffen! Deko darf es nicht schaffen! Er hat's auch nicht geschafft! Sag ich doch! Ich glaub, man muss den Speed sogar direkt mitnehmen! Nein! Muss man nicht! Ey! Direkt wieder gestorben! Doch! Weil beim ersten Scheu hätte ich den Speed mitnehmen können! Hab's aber nicht gemacht! Also, ich hab nicht mal Speed, wenn ich da raufkomme! Nicht? Ne! Ne! Muss einfach den perfekten Winkel direkt gegen die Rampen aufkriegen! Huh! Ey! Das ist aber ein geiler Punkt hier! Hm! Habe ich da noch drauf? Ich versuche es! Du kommst von dem Schwarzen nicht mehr aufdustig! Ich versuche! Oh! Mein Deko! Dein fucking Ernst, Alter! Nicht geschafft! Ich war auf dem zweiten Ding mit der Hälfte vom Motorrad und dann glitzte ich den nach hinten weg! Das ist scheiße! Ey! Komm! Rasier mir die Nüsse! Deko! Wir machen das nicht competitive, wir machen das Teamwork! Das heißt, wir risieren uns gegenseitig die Nüsse oder was? Genau! Mit Trockenschaum! Mit Trockenschaum! Mit Bauschaum meinst du? Ey! Ey! Du brauch eben den perfekten Winkel! Aber das ist wieder so ein richtig geiles Element, was er sich hier ausgedacht hat! Ja! Was ich auch noch nie gesehen habe vorher! Alter! Deko ist ja perfekt! Ja! Das meine ich! Du musst direkt durchwandern! Ja! Beim Aufkommen ist dir schon aus dem Maul gefallen! Achso! Okay! Ist ja nicht so als Held nicht, als ich so aufgekommen bin gedacht, okay! Vielleicht schaffe ich es sogar noch rum! Aber Insta auf Schnauze gefallen! Nein! I've tried so hard! Oh! Finally, Alter! Nein! Jetzt kann der Deko wieder hier Strecke rufen! Ich glaube, da dürfte auch vielleicht das Ziel sein, Deko! Oh! 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 Nicht so leicht! Ich hätte das Spiel mitnehmen können! Kann ich da so schräg gegenfahren? Nein! Komm! Oh! Kann es noch knapper sein? Kann man noch knapper über so ne Bank drüber fliegen? Nein! Oh! Ich hab den Punkt bekommen! Schade! Du hättest auch ruhig nochmal mehr Tries brauchen können! Und dann schafft er so noch Insta auf die scheiße Bank! First Try Beyond! Ich spring schon wieder drüber! Ich spring schon wieder drüber! Da ist das Ziel! Da ist das Ziel! Das kann nicht wahr sein, ne? Alter! Okay, jetzt kommt hier aber noch ne Hardcore-Spur. Ey, aber ich komm! Ich spring jedes Mal über die Bank drüber! Das kennen wir jetzt hier zum Beispiel! Ich bin schon wieder drüber gesprungen! Ey, hier sind so viele Wellen! Hier sind so viele Wellen! Ey, es kann nicht wahr sein, ne? Dass du ja schon wieder so lucky geschafft hast, ist so unwahrscheinlich! Was für lucky! Das ist ja auch ein bisschen Skill! Aber ich komm hier grad selber nicht weiter! Ja, aber du kannst auch Pech haben, so wie ich! Dass du auf dem Ding raufleinst und jetzt runterglitscht! Jetzt, jetzt brauchst du Glück! Und jetzt musst du einfach Glück haben, dass gerade keine Welle ist! Und das Glück habe ich gerade nicht! Ah! Siehst du vielleicht, dass du jetzt ja... Das... Das... Das Wellenglück! Okay! Das Wellenglück! Wir müssen rein, wa? Jetzt! Wir müssen... Ja, wir müssen durchfahren! Oh! Ja, ja! Dadurch! Und... Nein! Nein! Und... Puh! Nein, da ist eine riesen Welle! Ey! Ich werde immer erwischt! Ey! Was? Bist du bei mir wieder abgestiegen? Ja! Ich bin bei mir auch wieder abgestiegen! Hahaha! Weißt du, Mann! Ach was, Alter! Was hast du denn nicht erzählen? Ey! Nein! Ich bin in die Hardcore-Welle aufs Dom reingesprungen! Weil bei mir war nicht meine Welle, gerade! Ey! Nein! Ich war noch drauf! Ich war noch drauf! Weißt du, wenn man tot ist, dann sind gerade komplett keine Welle, das Ding steht komplett in der Luft! Ey! Leg was drauf! Nein! Wer springt denn neben? Ey! Man muss aber richtig krass gerade durchfahren, wenn du den Wheelie machst und dann so zur Seite ziehst! Ja, aber du kannst doch da oben kurz drauf chillen! Chill doch da! Ja! Ich habe Angst vor Wellen! Nein! Ich komme noch nicht mehr drauf! Alter! Ey! Ich komme da! Alter! Ist das Assi! Musst du es jetzt wieder schaffen, oder was? Das ist doch schrecklichste Ding! Ist nochmal ein Etat! Oh! Okay! Oh! Ich ist ja alles wieder unter Wasser, Mann! Und nicht nur irgendwie so Pissi, Piss, Pipifax unter Wasser, so richtig krass, wenn du es jetzt schaffst, denn dann fick ich dir ins Gesicht, Alter! Also diese, diese eine Stelle habe ich schon noch geschafft! Und das habe ich hier, was ich gerade gesehen habe! Oh, ich komme ins Ziel! Deko, darf ich ins Ziel springen oder nicht? Ey! Und ich glitch von dem Ding runter! nein darfst du nicht daddy hat es erzeugen klingt noch die zweite bestanden im test aber wie gesagt das war ja kein competitive mode war so ein bisschen teamwork irgendwann später ja da bist du doch könntest du ja aber ich habe ja ein paar minuten gewartet du musst es in 1 durchschaffen nein der letzte auch bitte hauptsache der zweite ist in einem wellen tal drinnen dritte oben drauf so dass ich einfach nicht hochkommen nein übersprung ein ich habe das eine ich komme da nicht mal drauf weil das ding zu hoch ist crazy mich diese dinger die sind aber auch schon so krass verschoben ich muss mal weiter nicht weiß ja nicht wie das feuer aussah auf jeden fall macht der wellen kann das nicht nicht einfach ist einfach ein ding auf einmal komplett absackt und das bitte irgendwo im himmel weil ja so geht es mir auch gerade ist eben treu wo neu beim letzten immer immer der letzte der letzte will mich auseinander nehmen so drauf ich habe schon wieder so auf dass du einfach stehen bleibst ne sorry dass ich hätte ich jetzt eh nicht verkackt dann hätte ich wenigstens wegen dir verkackt neun na komm fick mich alter hätte ich den geschafft wäre es easy gewesen ich habe auch immer beim letzten verkackt nein ich habe auch im vorletzten achso aber der vorletzte und der letzte standen gut nein ja fick mich fick mich einfach ficki ficki da ist der nächste hoffst du da war so ein tief ich habe den nicht mal gesehen wellengehaaann ey der ziegenmann der ziegenmann ist gerade hier ey die sind schon guck mal die sind schon auf 100 millionen grad ey komm nein 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 aber du schaffst du schaffst doch nicht wenn du nochmal oder wartest du da jetzt einfach ach okay es geht auf keinen fall du kannst nicht irgendwo stehen bleiben und dann und und nein wenn man auf den vorletzten mal drauf kommen würde ne dann wäre es easy ja so genau haa nein alter ey wie zum fix haben wir vom vorletzten auf den letzten kommen alter das geht ja gar nicht das sah doch richtig gut aus bei dir ja es war auch richtig schmuf aber vom vorletzten auf den letzten zu kommen geht einfach gar nicht ja nicht 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 die beide alter die sind schon so krass gedreht man ja ja ich würde gerne wissen ob die vorher anders stand ja ich würde gerne wissen ob die vorher anders standen natürlich standen das sieht man ja schon in diesem bilder er fährt einfach ohne motorrad alter man kommt einfach nicht auf den letzten ui also das ist auf jeden fall schwer dass es nicht geht ne o 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 geschafft. Zwei Level Asian Maps Muchachos in einer Folge. Das war die 300e Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und wir uns dann beim nächsten Mal reingehauen. Bye Bye Muchachos.